Let's Play Heroes 7 Let's Play Heroes 7 Let's Play Heroes 7 Zwerge sind gut Zwerge sind schon mal ein guter Anfang Hier ebenfalls Zwerge Ist erstmal ein simpler Anfang Können wir machen Gleich mal ausbilden Und ich glaube sie bleibt hier mal drin Er Sammelt die Truppen Er nimmt sie alle mit Oh seht her, seht her Der hat schon einiges an Truppen Kobolde gibt es in dieser Mission wieder mal nicht Das ist traurig, aber wahr So und mit dieser Armee Oh, das müssen wir einnehmen Das müssen wir sofort einnehmen Und dann geben wir gleich Und holen wir uns diese Truppen Und dann müssen wir hier Die Ressourcen einsammeln Hier liegt nämlich sehr viel Stuff rum Wenn man hier schaut Ähm, Gold Da geh ich noch nicht rein Noch lange nicht Was ist das? Äh, noch ein Bergfestungsdomizil Das ist schön, schön, schön Ja, her damit Mehr Truppen kann ich gut gebrauchen Es will sich Keiner anschließen Schade Minen müssen wir schauen Nach Minen Wir brauchen nämlich Nicht nur solche Ressourcen Wir brauchen auch Ressourcen Die sich Vermehren So Wie sieht's bei dir aus Das ist zwei 197er Trupps Und mehr Viel mehr Was? Oh Ah Okay War das schon immer da? Das habe ich noch nie bemerkt Na gut So, die sind gering Oh, die sind Eine ordentliche Anzahl Mäßig Bergfestungsdomizil Hier sind lauter solche Domizile Aber hier sind keine Minen Oder irgendwas Ah, die wollen mich nicht durchlassen Wir sind Level 31 Das ist halt schon Das ist halt schon Ein Boost Den wir hier haben Die Einheiten hier haben Extreme Größen Und Stärken Ich bin begeistert So Wir haben halt den Vorteil Dass wir einen Level 31 Erhält haben Das ist halt auch etwas Damit kann man arbeiten Oh, hier das hin Und hier das hin Und hier das hin Und Ballern Mh Warten Und warten Genau Was? Da stellt sich sogar auf die Rune drauf Ich bin überrascht Bisher war die KI immer so klug Und die ist nicht da drauf gegangen Aber Hö So Wir Legen los Und hauen zu Andernfalls Kriegen wir die nicht down Ohne Stabilität Was bist du noch mal Stabilität Ah, jetzt habe ich die Das Tausches ja gar nicht Das ist gut So Die ist jetzt mal hier Und die ist jetzt mal Hier hin Dann kriegen die schön Schaden Hier Die da Und hier haben wir alles gebündelt Hier wird gebündelter Kampf stattfinden Zum Beispiel töten wir jetzt erstmal die Einfach schön klatschen Und dann Töten wir im Idealfall die Jawohl Jetzt gibt es nur noch eine 100er Truppe Die mir leider Kosten verursachen Aber die sind sehr gering Ich habe es gewusst Das ist Level 30 Das ist einfach Unglaublich mächtig Diese Level Ihr müsst ja glaube ich auch die ganzen Set Items noch haben Oder? Ja Und die blutgeschmiedete Brosche auch noch Schaut euch das an Junge Der ist so stark Moment Er hat Vorbild Ja Ich kann da das machen Ja genau Ich kann ihn zu einem meisterhaften Feuermagier Umziehen Das werde ich glaube ich auch tun Dass sich so stark anbietet Was haben wir hier? Die wollen nicht Die wollen nicht Arkad Alter Ah es geht wieder mit Altären Das ist cool Das mag ich Altäre sind cool Weil die Die ermöglichen Vielleicht noch frühzeitige Ach komm Sie kann auch ein bisschen rumlaufen Von der Anfangsphase Dort oben wäre eine Mine Das ist leider Der andere ist leider in die falsche Richtung Dann losgelaufen Hier ist viel zu sehen Wenig zu tun Hier ist nicht viel Was hier einfach rumliegt Schade Na gut Sind die Gegner aktiv? Hirsch Irulan Iunoas Banner Eris Hüte Vier Gegner Oh shit Wobei Wenn jeder eine Stadt bloß besitzt Ist es machbar Ich brauche bald wieder eine Diebesgilde Damit ich da Klarheit habe Wie ich hier sehen kann Ist es hier eher schwach angesetzt Mit Minen Und hier sind überstarke Truppen Überraschend starke Truppen Wir gehen einfach mal diese Straße entlang Schauen mal schnell hier rüber Hier liegt viel Stuff Was ich einsammeln kann Und was ich auch brauche Für den Aufbau Arsenal Zwergenballiste brauchen wir nicht Halle der Helden Brauchen wir eigentlich auch nicht Hm Das einzige Problem ist Ja gut Dann baue ich Arsenal Ich brauche noch etwas Um auf die nächste Ebene zu kommen Dann bauen wir überall Arsenal Das ist was am wenigsten weh tut Das wäre auch nicht schlecht Aber naja Brauchen wir nicht Nicht zwingend Übrigens es gab einen neuen Patch Die Version 2.1 ist draußen Hotfix Ähm Ich hab leider Ich hab einfach nicht Oh ich muss eine Stadthalter einsetzen Daran müsst ihr mich erinnern Das muss ich auch noch tun Ich habe In den Patch Notes Nichts davon gelesen Dass irgendwie Es ist zwar ein Hotfix Aber ich hab nichts davon gelesen Dass irgendwie Bugs gefixt wurden Irgendwie das Zeug Was da in den Patch Notes stand Damit kann ich nichts anfangen Das sagt mir überhaupt nichts So wir suchen Wir suchen Wir suchen Gegner Einerseits Andererseits Minen Wir brauchen Minen Interessant Hier geht's rüber Aber ich geh jetzt erstmal darüber Oh ernste Gegner Ernste Gegner ist böse Ernst ist uncool Dann gehen wir doch erstmal hoch Aha Da geht's direkt hoch Oh Ah ein blaues Signal Runenkästchen Wir wissen was das Risiko Oh Die Erzkruhe Die sind bloß Die Mine wäre schon Worth Die wäre schon richtig Worth Ich hoffe ich renne In keinen Keinen Gegner so früh Weil Das wäre sonst fatal Ich schau mich einfach hier um Erkund dir alles Werd glücklich damit Vielleicht liegt da irgendwas herum wie hier Und sammle dieses ein Hirsch Irolan Inors Iris Das Gebiet gehört uns noch alles Das ist Wir haben ein großes Gebiet hier Mit diesem Gebiet dort unten Ah Ackerziegel Ei Zwerge mögen keine Fremden Und im Laufe der Zeit Wurden an Grimheims Grenzen Viele Befestigungen Zur Abwehr von Angreifern errichtet Die magischen Siegel Waren eine solche Befestigung Niemand Ob Freund oder Feind Konnte ein aktives Siegel passieren Arthur musste bei ihrer Entfernung Vorsichtig sein Denn damit machte er auch den Weg Für den Feind frei Okay Ja gut Das ist uns schon bekannt Das ist gut Aber gut zu wissen Dass wir dadurch geschützt sind Wenn wir überall so ein Siegel hätten Oh was ist denn das Oh eine Spukruine Dann ist das ja alles Ganz chillig finde ich So das Runenkästchen Was ist da drin Oh Rüstung des Waldläufers Das ist glaube ich ein Set Gegenstand Gegenstand oder Ja Tatsächlich Bleibt Kampagnen durch Ich glaube zwar nicht Dass wir noch anderes Zeug Von dem bekommen Aber im Moment Das ist besser als gar nichts Auch wenn Geist Wirklich eine der Nutzlosesten Sachen ist Die ich hier kriegen könnte Ich weiß nicht Geist ist so useless Wir brauchen Gold Wir nutzen Nur Gold Um mehr Gold zu bekommen Und das ist wichtig Wäre schön Wäre schön wenn ich alles Parallel ausbauen könnte Aber das ist leider nicht der Fall Das wird so nicht klappen Hier sind schöne Ressourcen Ist das nicht möglich? Wird das das möglich? Also hier ist ein blaues Siegel Hier habe ich den Arcad Alter Wenn ich den nicht aktiviere Dann kommt auch keiner durch Ist ja erstmal chillig Das wäre Super geil wenn Ich entscheiden könnte Wenn sich die Tore öffnen Wenn ich ready bin So liebe ich es Wenn ich die Kontrolle Über alles habe Weil vier Gegner Das ist eine riesige Map Kann das sein? Wenn man noch bedenkt Hier ist der Untergrund Auch noch groß Das ist scheinbar Eine echt riesige Map Wir erkunden uns hier Ein Lagerhaus Das kann ich gebrauchen Hier irgendjemand Oder der Zwerge Der sich anschließen will Nein Was seid denn Ihr Verräter alles Schön einsammeln Wir müssen aggressiv vorgehen Und alles was hier rumliegt Einsammeln So Auf was gehen wir als nächstes? Werkstatt ist ganz interessant Bären Ja Oh Stimmt ja Wir haben ja Ökonomiehelden Wir müssten mit Ökonomie Gesegnet sein Wir müssten alles Massenhaft bekommen Das war doch auch die Mission Wo Hier Verliert nicht All eure Helden Alle eure Helden Okay Wenn ich einen Alle besuche Und ein Grimmheim einzuführen Lass es nicht dazu kommen Heißt also Diesmal muss ich nicht Unbedingt Neu laden Wenn ein Gegner Mal einen Helden Von mir vernichtet Oh interessant Noch ein Bergfestungsdomizil Her damit Oh Ein Ein Außerordentliches Zucker Dann haben wir gleich mal Ein paar Eliteeinheiten Sehr gut Hier gibt es Ordentliche Erfahrungspunkte Die gönne ich mir auch Aha Dort hinten geht es Da rum Zu dem Siegel Schön 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 Okay Da geht es rum Das Gebiet ist sehr sehr klein Moment Können die Designtechnisch Es eigentlich so machen Ich dürfte doch eigentlich Gar nicht Angreifbar sein Außer Sie haben unten Irgendwo ein Portal Platziert Weil wenn es für mich Für die Mit den unteren Niemals Das nochmal Ackert Niemals möglich wäre Rauszukommen Dann dürfte ich Oben nicht Angreifbar Machbar Werden Das wäre Meiner Meinung nach Ein Missions Design Fehler Weil wenn ich Angreifbar Gemacht werde Oben Unten keine Möglichkeit Habe rauszukommen Dann kann ja die Möglichkeit bestehen Dass ich oben besiegt werde Und wenn ich oben besiegt werde Das Spiel zu Ende In dem Fall Ohne dass ich es Möglich beende Oder so Es geht tatsächlich Hier rüber Und hier Ah hier Ne Hier kommt sie nicht durch Aber sie kann bis nach vorne Und zumindest schauen Ah Starke Gegner Hier überall Sogar ein paar starke Drachen Und in einer ordentlichen Menge Anwesend Gut Was ist das denn Kerker Verräte Das ist Ein mächtiger Held Stufe 30 Ja Wobei Was mache ich mit So einem mächtigen Helden Wann Vielleicht hat er Ökonomie Gehen wir erstmal hier hoch Sammeln Da weiter Hier ist noch was leckeres Zum sammeln Okay Hier sind überall Ein paar Ja das Gold Ist es nicht wert Den ganzen Weg Dort rüber zu laufen Glaube ich Die 400 Gold Nicht So wir müssen Weiter Wir müssen weiter Magie ist überhaupt nicht Ah doch für das Portal Ist es nützlich Irgendwann Genau das heilige Feuer Das Hm Das brauche ich Das ist auch nicht schlecht Die Woche ist bald zu Ende Machen wir es so Ah ja Hm 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 Die Woche ist bald zu Ende Und ich habe Ich habe keine einzige Mine bisher Außer meine Helden Oh ja Hoffentlich klappt es Einer eurer Kriegstunden Ist von einem erfolgreichen Überfall zurückgekehrt Und wartet auf eure Lehle What Oh Wird sich kostenlos anschließen Oh das ist ja Das ist ja lecker Schau dir das an So muss das sein Vollkommen Brennender Stolz Ah ja Ah ja Da war ja was Das ist ein Hauptquest Nur Einen Zweck Plündern Und Sie sind wenigstens Neutral Sie sind als neutrale Truppen getarnt Heißt Eventuell können sie irgendwann Von Gegnern vernichtet werden Dadurch sehe ich wenigstens Ein bisschen von der Karte Und ich sehe wirklich Dass die Karte Riesig ist in diesem Fall Ich glaube so eine große Karte Hätte ich schon lange nicht mehr Falls überhaupt mal So hier noch durchschauen Vielleicht Ich weiß nicht Vielleicht könnte ich Einen oder anderen bekämpfen Aber Aber ich will sie noch nicht Noch bin ich der Meinung Ich kann bestimmt da noch Weinen drehen Da an den Werten Und durch Bessere Truppenmengen Zum Beispiel Wenn ich die Truppen Die sie eingesammelt hat Auch noch hinzufüge Besseres aus Kommst du da durch Ja Verflucht Zwei Weg Das ist risky Zwei Weg ist risky Zwei Weg bedeutet auch Ein anderer kann dadurch Aber wenigstens sehen wir das Wir sehen das lange Bevor er ankommt Das ist schon mal Nicht schlecht Wenn wir das lange Bevor er ankommt Sehen Die Rohstoffe Die sind einfach Essentiell Essentiell So Dann werde ich wahrscheinlich Auch den Fischteich Weil ich brauche Immer noch da zwei mehr Beim Fischteich Weiß ich wenigstens Dass ich für nächste Woche Super Mehr Truppen bekomme Holz 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 kann ich gebrauchen Willst du dich anschließen Will sich irgend Hier sind überall Zwergentruppe Aber kein einziger Will sich Oh hätte ich Ich hätte Diplomatie Skillen müssen Oder sowas Aber selbst dann Sehe ich es ja nicht Das ist das Problem Ein riesiges Neutrales Gebiet Hier Keiner herrscht Kein einziger Da hat es sich jetzt um eins erhöht Das war zufällig Weil hier Und so Machen wir Magie Gilde Sie brauchen wir Mindestens Für die Sicherheit Deines Portals Und daher Mach mal einfach Die Sicherheit Deines Portals So Feuermagie Wird er auf jeden Fall Meister Unser König Luft passt Erde passt Wasser ist Wasser ist halt stark Primär ist gut Dunkle ist gut Alles sind gut Das ist das Problem Ich glaube ich gehe mal hier auf Ja Wasser Ach ich gehe generell auf Wasser Wasser ist cool Feuer und Wasser ist auch Eine schöne Kombination Kann man immer gebrauchen Ja Na gut Ist jetzt ein nettes Egal Damit kommen wir nicht sehr weit Aber wen juckt es Mich nicht Gering Mäßig Ich werde einmal Wahrscheinlich Hier Truppen Noch Vielleicht ein Zwei Wochen warten Und dann farme ich hier alles Im Untergrund Aber nur dieses Zwei-Wig-Portal Sehr schön Es ist zerstört Also ich freue mich darüber Weil das Oh was ist das Ein Obelisk Oha Es gibt hier auch Einen Schatz Junge Was die hier alles haben Ähm Sie muss sich mit ihm treffen Sie müssen die Armeen verbinden Ich glaube du kannst da sogar den Weg extra zurücklaufen Wenn sie die Truppen verbinden Wenn ich noch ein bisschen bessere Truppen hier unten zusammen gebastelt habe Halt Da unten Noch mit der Woche hier Bären und Verteidiger kriege ich eine ordentliche Menge dadurch Zusätzlich Dann glaube ich kann ich hier gut In der Gegend Alles abfarmen In aller Ruhe In aller Ruhe Hatte den einzigen Haken Also unten weiß ich jetzt Da bin ich absolut safe Ich kann das Spiel Aussetzen Bis zum Ende Mir kann der Gegner nichts anhaben Weil er kommt Von wegen nichts Arkad Altar ist hier Also das würde ich sehen Wenn er den einen Den anderen Altar Für Wasser Schalasser Den sehe ich noch nicht Da weiß ich nicht Ob er das so einfach holen kann Aber Vielleicht finden wir es beim nächsten Mal raus Vielen Dank fürs Zusehen Und ciao Bis zum nächsten Mal